Tja, jetzt können wir langsam wieder zu unserem Standardverfahren zurückkommen. Drell zum Puschen. Tempel des Himmels. Ja doch, müsste er ganz gut hinkommen. Tja, mal sehen. Ich muss einfach dran denken, dass ich hier mehr die Helden fokussieren muss, auch wenn das immer Ärger gibt und ich am Anfang dann noch ziemlich Probleme habe. Boah, sind meine Hände kalt? Ist das unglaublich. Muss ich die mal warm kriegen hier. So wird das nix. Oh, ist das kalt? Ist das kalt? Verdammte Hacke. Tja. Na, shit. Also Morales hat uns geklaut. Na gut. Tessada, noch ein Heiler? Oh, oh. Wir werden ein Problem bekommen. Wir werden definitiv ein Problem bekommen. Weil mit zwei Heilern ist da echt nett zu spaßen. Nein, nein, nein. Da jammert wieder ein Heiler. Oh, Li Ming. Die habe ich noch nicht getestet. Die habe ich noch nicht in irgendeiner Form gespielt. Da habe ich auch irgendwie keinen Bock drauf. Erstmal gucken, was dabei rauskommt. Li Ming. Ich hätte sie vielleicht mal spielen müssen sollen. Damit ich weiß, wie ungefähr die funktioniert. Und was sie so kann. Ich habe ja noch nicht mal eine Ahnung, was für eine Klasse die ist. Also. So wie die aussieht, irgendwas magisches. Obie waren. Dead. Haha. Sehr interessant. Okay, was haben wir? Wir haben ein Einhorn-Bild. Wir haben ein, das ist von einer Gruppe von Helden, glaube ich, soweit ich weiß. Dann eine Eins. Wofür man auch immer diese Eins bekommt. Ob man am 1. Januar gespielt hat. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Der Spieler von Lili nennt sich Grinch. Sehr interessant, sich selbst zu zünden. Narcebo nennt sich Zero. Ich werde mich für deine unbezüglichen Krieg vorbereiten. Also dieses Gold auf der Spinne sieht ja richtig cool aus. Also wenn das mal nicht cool aussieht, das Pferd sieht auch geil aus. Oh, das ist Walla mit nem Skin. Eieieieieieiei. Oh, andere Angriffe. Ganz vergessen. Ganz vergessen. Machen wir mit dem Schild und dann mach ich mich auch schon ab. Weiß. Wow, es wird knapp, es wird knapp, es wird knapp, es wird knapp, es wird knapp. Uiuiui. Das wäre mein erster sinnloser Tod gewesen. Unglaublich. Unglaublich. Ja. Okay. Alter. Zwei. Wie alleine. Also es gibt doch nichts Schlimmeres als Lily alleine rumrennen. Oh, das könnte schwer werden. Oh, wir haben beide. So, okay. Morales, jagt Morales. Danke. 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 Ah, verdammt. Wow. Also das ging mal tierisch in die Hose. Wobei ich mit meiner Statistik ganz gut zufrieden sein kann, 1-1-1. Ich muss jetzt, klar, die letzte Eis hätte ich sein müssen, aber... Halt habt. Dass mir immer so müde sein muss. Oh Mann, wir müssen Morales holen. Danke. Das waren heute ein Gedanke. Sonst haben wir überhaupt keine Chance mehr. Wir haben wirklich gerade... Keine Chance. Wir brauchen definitiv... Erstmal... Ich hab's vergessen. Ach ja. Andere Zusammenstellung von Angriffen. Erstmal wieder reinkommen. Hey. 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 Hm. Der Sada ist eigentlich relativ schwach, wenn man das so sieht. Und dass auch wohl die ein ganzes Level... Gibt immer mehr Sinn. Eine versologie. steeds loscheér levar sich hier. Also muss ich mit dem... toll tron. Es geht nicht... ... kürze Rolex... ... es leises. Das sieht aber anders aus als vorhin, also als das letzte Mal. Aber wahrscheinlich, weil es gleich aussah, war es eben... Oh, und dringend diesen Tempel. So, und dringend! 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 Alter Schwede! Alter Schwede! Ich mein, da kann ich ja besser Lili spielen, und ich komm mit der überhaupt nicht klar. Ach, ich krieg mir jetzt eine Heilung hin. Nein, ich muss hier durch, verdammt! Verdammt, Darker, was ist das denn? So, und dringend zurück. So, und dringend! Das ist doch unglaublich! Warte! Ich hab mich nicht auf! Was ist das denn? Ich konzentriere mich nicht mal da drauf! Ich fokussiere mich nicht mehr drauf, dass ich hier irgendwie EP mache. Und trotzdem hab ich die meisten Scheiß davon. Lass nur von kurz in der Lane reingehen, draufhauen und... Unglaublich! Oh, ich hätt' vielleicht das andere nehmen sollen. So... Okay, das, den könnte ich zu übernehmen ist nicht schwer. Okay, jetzt soll noch mal einer herkommen. Oh, danke für die Hilfe! Nein, zurück muss ich nicht. Direkt so zurück muss ich nicht, aber... Was macht die Lieder? Samad! Was macht die Lieder? Samad! Ich hab die Lieder! ja, hier ist der ganze Fall ein bisschen wow man, das ist ein bisschen recht wow unglaublich Unglaublich. Jetzt holt sie euch doch mal. Zwo, vier. Ja, und das ist einfach nur mal nur zwang durch. Wieso? Wieso? Ist einfach nicht mehr normal hier. Das stimmt auch hier nicht. Ich hab noch nicht mal meine Ulti wirklich eingesetzt gehabt da. Ja, ja. Okay. Neiges Problem. Ja. Ja. Ne, das kann ich knicken. Das, äh. Ein bisschen, äh. Ja, nicht. Also, ich weiß ja nicht, was los ist, aber Irgendwie... Irgendwie... Das ist unendlich. Ist ja linnnnd... Was ist das? Shit, 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 shit. Ja, ich bin trotzdem noch nicht schlecht. Das ist der Witz dabei. Unglaublich. Ich bin trotzdem, da ich jetzt nochmal gestorben bin, überhaupt nicht schlecht. Das ist so lächerlich. Nein. Grinch war inaktiv. Okay, jetzt ist keiner dran. Was denn jetzt? Gentle oder Boss? Wer ist das denn? Ja, ich glaub, ne, schau ich nicht mehr. Ich muss auf jeden Fall noch den Gentle holen. Ich muss auf jeden Fall noch den Gentle holen. So. Damn. Ähm. Ob das wirklich nur an dem einen Level liegt? Ich glaub's nicht. Ja, 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 ja. Die letzten Schüsse brauchen wir auf jeden Fall. Yes. Was? Was ist das haben wir hinbekommen? Das haben wir hinbekommen. Shit. There goes the Keep. Shit. Shit. Auf jeden Fall ist uns, ist das Boss-Monster. Ich mach' ein gutes Stück. Weit. Ich bin, äh, Base-Forderung. Hat aber nicht viel gebracht. So. Dann kümmern wir uns mal hier drum. Ich muss mich da hier hinstellen. Dann kriegen die noch in den Feuerschaden was ab. Ja. Ja. Vorne ist immer gefährlich. Ich muss mal rum überhaupt schnell machen. So. Ich versuche es jetzt ein bisschen zu pushen, aber auch nur noch bis richtig an die Brücke ran. Denn... Äh, ist die Linie nicht AFK? Ich muss auch AFK sein. So. Komm schon. Und... Was haben die denn jetzt für Probleme? Unglaublich. Mach doch irgendwas. Ich versuch's wenigstens irgendwie. So. Ich gehe jetzt zurück und hol' mir den Temple. Sonst wird das ja eh nix. So. Ich gehe jetzt zurück und hol' mir den Temple. Mal mit dem Schiff hin. Na dann. Das geht runter. Komm. Und ich muss auch mal hin. Na dann. Warte. Das schlechte wäre ich aufgeregt, nochmal hat er gestorben, Schlaumeier, und er hat nur wenige EP mehr als ich. Was? Was? Hä? Guck mal einer an, was da unten alles los ist, was unter anderem mein Verdienst war. Dadurch, dass ich die ordentlich gepusht habe. So, wollen wir mal sehen. Nehmen wir doch erstmal den Punkt hier ein. Und... Und Morale. Komm schon. Komm schon. Verdammte Hacke. Na endlich. Okay. Das war jetzt nicht gut. Release. Sammich, na 10.000 Boss. Hm. Okay. nein 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 verdammt so ein Himmel das war keine schlechte Idee wieder eins verloren ok den hier so und oah Lili so schön schön hätten wir das auch geklärt Puh dann würde ich sagen weiter gehts das ist 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 das ist